Meine sehr verehrten Fluggäste, ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord des Flyover zu unserem Rundflug über Ihren Festplatz. Unsere Reiseflughöhe wird heute etwa 40 Meter betragen. Bitte beachten Sie, dass dieser Rundflug ein Nichtraucherflug ist, daher ist das Raum an Bord nicht gestattet. Die Crew des Flyover bedankt sich herzlich für Ihr Vertrauen und wünscht Ihnen viel Spaß bei uns an Bord. Die Crew des Flyover Die Crew des Flyover, Wohnzimmer und Fl transportation Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Verehrte Fluggäste, wir haben nun unsere Reiseflughöhe von 40 Metern erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020